Musik 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 Muss die Kirche symmetrisch sein? Äh, nach Möglichkeit ja. Also, Kirchenbauern waren echt immer Symmetriehaie. Aha. So Leute, da sind wir wieder. Da ist ganz heimlich, still und leise meine Festplatte vollgelaufen. Da hab ich kurzerhand mal 300 Gigabyte runtergeworfen und dann ist sie wieder da. Jetzt war ich. So sieht's aus. Dann wollen wir mal hier im Hafenviertel weiterbauen. Schoki, bei dir fehlt noch ein Dach. Wieso? Wo? Hä? Wo denn? Auf deinem Haus. Nee, das hat ein Dach. Ey, das ist so ein Flachdach. Hier ist Steinefarm. Du willst Steinefarm? Okay. Dann viel Spaß Flo. Danke, werde ich bestimmt haben. Viel Spaß. Ich wollte mir hier... Wie baut man Zäune aus Pflastersteinen? Okay, keine Frage. Ich weiß schon wie es geht. Ja. Wie normal. Wie normal. Wie normal, richtig. Jogi, du hast ja noch eine Druckplatte, oder? In deinem Haus. Ja. Moment, gleich habe ich sie auch wieder für dich erreicht. Oh, Betten. Oh, ganz viel Knöpfe. Ich brauche eigentlich nur eine. Ja. Ja. Ach stimmt, eine Tür wollte ich auch noch mal. Ja. Ich habe noch eine Tür, gell? Nee, keine Eisentür. Okay. Okay, fertig mit Steinefarm. Ich komme ja nicht weiter. Warum? Was? Lava. Du hast mir mal Steine gegeben. Kann man die Steintruplatte nicht abbauen wieder? Äh. Bestimmt, oder? Wieso sollte man das nicht gehen? Nicht mit der Hand. Ja, mit der Hand nicht. Nein. Keine Steinsachen kann man mit der Hand abbauen. Dann brauche ich noch eine Spiegel. Soll ich dir noch Zeug da lassen, was ich hab hier? Ich hab noch hier noch sowas. Das ist der Stein. Hat diese Haaren bei sich in der Truhe? Ja? Und du schon wieder her hast. Ja, als ich die, als ich den Boden gemacht hab. Kannst du es nicht da drauf machen? Das Spiel ja, ich verarschen. Wie viele Betten hat es mir denn gegeben? Freue ich mich. Jetzt geht es echt nicht, oder was? Ich verarschen. So kompliziert alles hier. Genau. Jetzt, so haben wir jetzt den Tisch. Jetzt hab ich noch ein Cobblestone. So, mein Haus ist fertig. Ah, das ist noch weg. So, nur noch Fenster rein. Genialer Scheiß. Und ein Boot brauche ich noch. Und ein Boot brauche ich noch. Und ein Boot brauche ich noch. So, wir fahren jetzt echt Cobblestone. Ja. Okay. Jetzt so viel brauchen. Oh. Klar, wir piepern zwischen den Heiser rein. Außerdem finde ich dabei auch Eisen und Kohle und... Ja klar, aber wir waren doch erst Minen. Ja, aber hast ja gesehen, wieviel Stein noch da war. Nala. So, wie soll ich denn noch was da lassen? Glas oder so? Ja, ich hab zwei Glas, ne? Brauchst du noch mehr? Ähm, ne, klapp nicht. Brauchst du mal zu dir? Brauch ich vielleicht Holz. Hab ich nicht mehr. Hab ich da alles weggebracht. Entschuldigung. Oh, stimmt, ich wollte ja noch... Vergesslicher Jakob, ich wollte noch ein Boot da hinsetzen. Das Lied, was grad kommt, das hab ich schon mal gehört, bei irgendeiner Aufnahme. Wenn ihr wisst, welche Aufnahme, dann müsst ihr mir einfach Bescheid sagen. Das heißt, the one girl in, in, in Isolation. In... Brot wollte ich. Ich hab mich jetzt von deinem Steinmetz-Häusle bis unter die Kirche schon gebuddelt. Und erhöhlt, äh, die ganze Insel. Ja. So, wie soll ich dir jetzt noch Holz mitbringen? Ähm... Wenn ja, normaler Eichenholzbatter und... Ja. Ja, genau, das wär super. Ich pack's erstmal eine Truhe über dir, oder? Ja, das Problem ist grad die Truhe, die gibt's grad noch nicht. Ja, hast du wieder abgebaut, oder was? Ja, weil du stand doch nicht wichtig. Oh, dann schwimmt ein Skelett ins Haus rein, das ist natürlich ungeschickt. Der Ding ist gegenüber, ja. Ich bin einfach schon wieder Level 18. Hä, wieso ist jetzt? Du fahrst doch nur Stein. Ja, aber dazwischen ist immer Latislazuli, Redstone oder Kohle. Und ich nehme mich halt dann da auch noch mit. Okay. Gut. Dann mach das. Also, ich bin auch vor meiner Diamantspitzhacke. Ich schmeiß meine andere Spitzhacke weg. Freu mich. Ich darf mir jetzt auch eine Diamantschaufel machen. Wir haben 41 Diamanten noch, echt nice. Man sieht gefarmt. So Flo, wo bist du denn? Ich fahr mit dir mit. Ähm. Dein Metz bis auf Höhe 12 oder so. So weit runter bist du? Ja, und dann den ersten rein. Naja, wenn ich schon runter geh, dann baue ich da, wo es eh niemanden stört. Und wo du eventuell noch Diamanten finden könntest. Genau. Wenn ich eh schon grad am Buddeln bin, dann möchte ich auch noch Sachen finden. Voll gut. Hast du auch die Glückssacke mit? Ja. Hast du schon Diamanten gefunden? Nein. Dann liegt das jetzt also an mir. Spinne! Komm her! Ich finde den Steinmetz immer nicht, der ist so gut versteckt. Okay, dann bist du einfach den Weg runter gelaufen. Ist eigentlich was in den Ölfen drinnen, oder? Oh, da ist ja auch noch Riesen drinnen hier. Ich zieh das mal mit. Ah, das war sehr verlassen. Okay, du bist runter die Treppen runter, oder? Ja. Und dann? Bis 12 Höhe. Da müsste dann ein Gang sein, ziemlich langer. Und da bin ich den zwei Breiten, der grad am Anfang links reingeht, den habe ich gebuddelt. Und dem kann ich folgen. Geradeaus. Den zwei Breiten, der grad am Anfang links reingeht? Da gibt es nur eine Breite. Ne, da müsste irgendwie so ein... Es sieht aus am Anfang wahrscheinlich jetzt wie eine Höhle, weil ich da zwischen zwei Gängen reingegraben habe. Okay. Aber schon Richtung, äh, Richtung Süden ist es oder was? Äh, halt Richtung... Also halt wenn man in den Gang reinkommt gleich links. Ja. Da kommt bei mir Lava. Warte, ich komm mal zurück. Ich fahr auf der Treppe. Das könnte eventuell ein bisschen dauern. Jetzt bin ich unter der Schm... Du müsstest meinen Namen sehen. Ich sehe nämlich deinen. Ah, da. Da bist du rechts und dann links. Ah, jetzt. Okay. Warte mal. Jetzt finde ich meinen eigenen Weg nicht mehr da. Hier. Ah, ja. Wo bist du jetzt lang? Hoch und dann rechts. Hier lang. Dann buddle ich mich einfach, äh, zwei nebendran weiter, okay? Okay. Läufst du mir hinterher, oder? Ja, neben dir. Ja, okay. Mein Gang ist nämlich noch ziemlich weit. Da vorne. Zu Ende. Irgendwann. Dann müssen wir jetzt hier... Muss ich einfach noch kurz umsortieren hier. Boah, schnitzelt es durch. Ja, die Effizienzspitzhacken sind einfach... Also die werde ich mir auf jeden Fall reparieren immer, ey. Nur, ich brauche noch so eine OP-Schaufel, wie du hast. Ja, oder das ist ein bisschen langweilig, was ich hier mache. Das ist jetzt halt so. Ich habe da jetzt irgendwie gerade Lust drauf. Weil ich verbrauche auch ja wahnsinnig viel Corralstone. Ich glaube, ich mache nur Eingang und Breite, ne? Ja, macht es. Ja, irgendwie hätte ich nicht gedacht... Der Koppel habe ich noch fast gar keinen verbraucht. Das ist das erste Gebäude. Da hat es, glaube ich, immer Holz genutzt. Aber das habe ich schon gefarmt ohne Ende. Ja, Holz habe ich auch schon verdammt viel gefarmt. Aber wir brauchen... Kann man das eigentlich in den Steps nachschauen? Das kann man doch mal nachschauen, oder? Ja, ja, ich glaube nicht mehr. Ja, doch da. Statistik nenne ich das. Ich glaube... Hier, Blöcke. Abgebaut. 1.370 Stein, 3.280 Erde. Ich habe hergestellt bis jetzt 6.000 Holzbretter. Die Töte des Spieler, 48. Hä? Ja, hier. Abgebaute Blöcke. Hä? Ah, hier Blöcke. Holz, 1.900. Ja, äh, okay. Da sage ich... Warte. Hergestellt, benutzt, abgebaut. Okay, ich sortiere mal nach Abgebaut. Stein, 3.600 Erde, 2.300 und Holz, 1.300. Und Netherwag, Netherwag 1200. Und danach, ähm, kommen Netherstein. Also, ja, Netherwag Kies. Und dann kommt Steinkohle. Und dann kommt Gras mit 545. Hä? Äh, Flo? Was ist das jetzt hier? Ach, das ist mir irgendeine Höhle. Sag mal, das... Abgebaut, sortieren. Ah, jetzt kann ich nicht sortieren. Ja, Laub hat wirklich auch 1.850 abgebaut. Hahaha. Kohle! 900 scheiß Kohleblöcke hab ich abgebaut. So, du musst schon vorwarten, dass so ein bisschen Lava kommen könnte. So, das kommt Lava. Ist's okay, ich leb noch. Äh. Ah! Ja, gut, ich hab die Orientierung verloren in meinem Gang. Ah, ha. Ja, einfach nur geradeaus, oder nicht? Ja, ich hab grad aufm Boden geguckt, dann bin ich wiedergekommen, dann hab ich mich in die falsche Richtung gedreht und dann war ich nicht mehr, wusste ich nicht mehr, wo oben, unten, vorn und hinten... Ach, und du setzt die Fackel auch aufm Boden? Ja. Ja, deswegen war ich irgendwie dann voll verwirrt. Hä, ist das jetzt die Seite? Und dann... Und Schoki, wie sieht's bei dir so aus? Läuft. Läuft, oder? Läuft alles. Ich denke dann nachher deine Truhen dann wieder, äh, ins Lager auch zu verfrachten. Also halt, den Inhalt. Läuft. Läuft.